Neue Nachrichten hier, Bravo Hits, die kommen in die 77. Runde, The New Disc Summer Disc of Lemon Fresh Summer Hits 2012, Double CD Various Compilation, The 7070 Bravo Hits of 2012, The Summer Hits 2012, New Disc Out in In The End of April 2012, 2012, die neue Bravo Hits 77, die 77. Bravo Titel noch nicht in Amazon.de zu sehen. Wir voten alle mit, wer ist mit dabei? Shakira oder Telo Nosa Nosa, der Sänger. Shakira, Madonna, Riena, wir wissen es nicht, Eminem, Scooter, wir wissen es noch nicht, es steht nichts da, Pitbull, Rosenstolz, Bravo Hits 77. CD, kommt am 27. April, on the 27. April 2012, The 70, the newest Double Disc Compilation, Bravo Hits 77, No. 77, Vol. 77, die 77. Bravo, Sommer Hits, Lemon Fresh Sunshine, Doppel CD, kommt am 27. April, wer alles schon dabei ist, wissen wir noch nicht in Amazon.de, jetzt können wir schon alle mitvoten, Shakira, Madonna, Telo, ihr wisst es nicht, Lady Kaka, im Hintergrund hier hören wir gerade hier das Album Telo, Sommer Hits 2012, die Bravo Hits 2000, die 77. Bravo Hits, Sommer Hits 2012, wer ist alles dabei? Ende April kommt sie raus, Wer alles dabei ist, wissen wir noch nicht, Bild in Ebay und Amazon.de anzuschauen da. Alles klar, Leute, der DJ immer auf den neuesten Stand, ja, immer, Charts aktuell, ja, auch Oldie, Schlara, 80er, 90er, 70er, und natürlich die Charts, die man wissen muss, wann kommt was, was gibt es gerade im Moment, wer ist Platz 1, wer alles auf der Bravo Hits ist, wir wissen es noch nicht, auf der 77. Sommer Hits Bravo Hits, die 77. siehste Bravo Hits. Wir wissen es nicht, wer alles dabei ist, ihr könnt jetzt alle mitvoten hier, Titelvoting, Rate Stunde, was ist alles auf der neuen Bravo Hits, Ende April kommt sie raus, ist alles auf der neuen Bravo Hits, die Lemon Summer Hits, Sunshine Hits, In the Summer 2012, Bravo Hits, die 77. CD, Bravo Hits 1, das kennen wir ja auch alle, in Amazon noch kaum eine da, könnt ihr selber gucken, ein, zwei Stück noch vorhanden, in Amazon.de, auch Ebay hat keine 100.000 Stück mehr, Bravo Hits, 77. Summer Hits 2012, 2012 Summer Hits, die Summer CD, Out in Germany, in the end of April 2012. Yes. Yes. te Bornholt, woods Karlsruhe, woherz See you É die